Musik Andrea schläft noch. Guten Morgen. Wow! So, jetzt mache ich mal zum Morgen. Guten Morgen, Simba. Wie geht es dir? Miau. Was soll ich heute zum Morgen machen? Ich nehme mal Milch und Orangensaft raus. Nun ist der Tisch gedeckt und jetzt hole ich mal die Kinder. Wahrscheinlich sind noch alle im Bett. Zum Glück sind alle noch im Bett. Jetzt muss ich aber mal Lisa wecken. Lisa, aufwachen! Schon aufstehen? Nils, aufstehen! Ah, schon so früh? Ja, jetzt. Okay. Ist das Frühstück schon fertig? Ja, ist es. Mh, hier riecht es aber gut. Was gibt es denn? Es gibt Toastbrocken und Erdbeermarmelade. Lisa, du musst dir heute in die Bibliothek. Los! Tschüss, Lisa. Tschüss, Mama. Viel Spaß in der Bibliothek. Danke. Hallo, Lisa. Hallo, Frau Stein. Guten Tag, Frau Brunner. Hallo, Frau Stein. Kommt nur rein. Also, kommt. Herzlich willkommen in der Bibliothek. Jeder von euch darf heute ein Buch auslehnen. Ja! Sucht ein Buch aus und dann könnt ihr zu mir an die Kasse kommen. Habt ihr alle ein Buch gefunden? Ja! Welches Buch hast du denn? Ich hab die Feengeschichten. Welches Buch hast du denn? Ich hab die Pferdegeschichten. Und welches Buch hast du? Ich hab das Drachenbuch. Und welches Buch hast du? Ich hab die Piratengeschichten. Und welches Buch hast du? Die Delfingeschichten. Und welches Buch hast du? Ich habe die Vampirgeschichten. Kommt alle gut nach Hause. Tschüss, Frau Stein. Gute Nacht, Andrea. Gute Nacht, Stefan. Gute Nacht, Nils. Gute Nacht, Lisa. Linus, schläfst du schon? Welches Buch magst du am liebsten? Schreibt es in die Kommentare. Bitte abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.